Sag deinem Boss, die kann er sich in seinen... Für letzte Woche! Malakka! Der Zyklop sagte, du spielst gern die Harte. Dann sei hart! Komm etwas näher, dann erlebst du es. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Du musst deine Lektion lernen. Wenn der Zyklop mich etwas lehren will, dann soll er selbst hergucken. Leg dich nicht mit dem Zyklop, Mann! Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Ach, danke für die Warnung. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Föbe. Es ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar. Bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Icarus? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Cassandra? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Endlich! Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Ach, was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Nun. Ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Föbe. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Guck! Oh, mein Gott. Genug jetzt. Sag diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt. Schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus. Und verfüttere es an meinen Vogel. Ich treffe Markus, sobald ich angezogen bin. Jetzt sehen wir das an. Oh, mein Gott. Ich treffe Markus. Ich treffe Markus. Vielen Dank. Ich treffe Markus. Was? Was ist das? 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 Was ist das?